Okay. So viel Spaß. Ja, auch so. Ich starte von vorne. Es ist immer so witzig, dass es einfach Leute gibt, die da stehen bleiben, ne? Denkt ihr sie nicht, oder wieso gehe ich in die Tobi rein? Ich glaube, die rechnen damit, dass irgendwie Schadqualität oder so ist. So, ja klar. Ja, das ist qualifiziert. Okay, was macht der Xbox T-Slinger da? Weiß ich nicht, der war aber eigentlich... Der Xbox T-Slinger war eigentlich... Ja, aber der hat da jetzt zweimal schon Alexis als Bremsblock hergenommen. Ganz zu stürmisch. Warte, ich glaube, ich bin Singapur in dem neuen Spiel erst einmal gefahren bisher. Ich bin noch gar nicht. Noch gar nicht, na super, dann gefällt dir die neue Passage bestimmt gut. Die war ja im 23er auch schon. Ja schon, aber da bin ich auch Singapur fast nicht gefahren. Der Xbox T-Slinger hat festgegangen. Der Bamp ist weg. Warte am Bamp, da? Ja. An dem Übergang waren Bamp. Warte. Oh, der konnte man wieder lecken ein bisschen. Oh, was macht das Effekt? Okay, DRS is now available. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich bin von vorne gestartet. Vorne gestartet und keiner hat dich aufgehalten. Nö. Das muss ich mal ein bisschen sagen, kann man mit der Kornwand, ooooh Weil mit dem Kornwand kann man auch relativ gut fahren, wenn nicht Ja, war jetzt ein bisschen Brechstange, was er gemacht hat, aber war okay Ich habe eine Brechstange, als er einfach nur blöd in die Wand drückt Ja, war jetzt nichts, wo ich mich gewertete Wie ich mich arg drüber beschweren würde Falk hart Aber der lag ein bisschen Habe ich schon mal preis Owa, der hängt auch gleich hinten bei mir am Arsch Unter der DHS und ich habe von dir nichts Ich verscheibe mich hier ständig Seit wann faltest du eigentlich die Hand? Äh, Silverstone letzte Saison Oh ja Hi Meister, du blinkst Du hast so bloß geblinkt, weil du Crane gemacht hast Ich bin ein bisschen verbremst Ich bin ein bisschen verbremst gewesen Erst am 0,009 Sekunden Ja, der füsst mich jetzt gleich, ob der gerade war Und der binkt aber auch Och, James, wenn du in der Kundenposition bist, verkackst du das, ey was ist denn los? Ich habe es aber abgefallen und ich habe es nicht in die Mauer gehauen Das ist echt schon was Habt ihr jetzt bisher auf 4.5 zurückgefahren? Jaaa Ich bin jetzt bei den Crashkits angekommen Green Flag Okay mate, das ist die letzte Runde der Runde Okay, Gap zu der Fahrrad in front 1 mit 9 Sekunden Okay, wir haben eine Zeit-Penalte Es geht gegen unsere Zeit am Ende der Runde Get your head down and let's get it done Ey, dieser Körper, ne? Oh, was macht ihr denn? Hängt einfach in mich rein Das ist nicht so schön, warum wird Oh, das wird also jetzt was weg Oh, das wird also jetzt was weg Dann haben wir innen von mir Ja maaa Ja maaa Come on boys Puh Puh Das war auf der Fahrrad Wo bist du? Auf die 9 noch zurück, Alter Was sieht die aus? Ähm Ich bin mit einem aneinander geraten noch Absichtlich oder unabsichtlich von dem? Schwer zu sagen Ja Äh, und dann habe ich mich in der dritten Kurve Bin ich innen auf den Curb Hab aufgesetzt und hab ein 180 hingelegt Oh, schön Passiert Ich werde übers Rennen hin immer, immer immer mutiger und irgendwann werde ich dann übermütig Oh,ND Dann passieren halt solche Fehler wie vorhin Was ist das? Dann passieren halt solche Fehler wie vorhin Ach so, ich bin mit Vielen Dank.